Weil, wie gesagt, ich möchte Terran sprechen hören. So, wir müssten jetzt die Quest Big Trouble in Big Town haben, ja. Okay, das heißt, wir haben schon mal eine Markierung, das ist schon mal gut. Ah, der Sternenhimmel in Fallout 3. Kein Mond? Doch, da. Genau in der anderen Richtung. Na toll. Eine Brücke. Haben wir auch Wasser? Was hast du? Hey, was ist los? Kannst du kein Blut sehen? Ja, komm, Sherwin, du weißt genau, dass ich mehr mache als du. Das wäre hiermit erledigt. Wie wäre das damit erledigt? Verstehe ich nicht. Ähm, ich habe gerade eben noch jemanden da gesehen. Ja, aber die sind zu weit weg, ich denke mal, die sehen uns nicht. Die haben die Schüsse gehört, na toll, aber das hilft denen auch nicht. Ja, es geht jetzt nach Germantown, so viel wie Deutschstadt. Wieso sie den Namen trägt, weiß ich nicht wirklich. Auf jeden Fall schon vom Namen her eine sympathische Stadt. Deswegen kommt das ganz gut, dass wir da mal hin müssen. Dam, 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 wir sind auch schon bald da, weil der Weg ist gar nicht so lang. Ähm, Weltkarte. Man sieht diese kleine Distanz. Okay, wir sind fast in der Mitte. Hier ist ein Friedhof. Ähm, ja, wir gehen über Nacht auf den Friedhof, einfach mal, weil wir cool sind. So, ich denke mal, wir treffen jetzt auch voll die Gegner, weil ich mal wieder eine zu große Klappe hatte. Ähm, ein Centauri und ein Herr der Supermutanten. Da hinten irgendwas mit Laser-Gatling, äh, mit Gatling-Laser. Laser-Gatling. Störb, störb, störb voll in deine dicke Schnauze. Ähm, wir nehmen mal Waffen. Wir reparieren die Flinte. Ja, ich hab ja Kampflinten eingesammelt unterwegs. Ähm, wo kam jetzt der Laser her? Okay. Ach, nein. Ähm, wir müssen ganz schnell mal einen Hotkey machen. Auf die Eins. Nehmen auch direkt welche. Okay. Ähm, ja, schießt du erstmal auf den Stein, dann kümmere ich mich schon mal um die anderen. Ähm, Sherwin, du kommst nach, oder? So. Ha, dass sie über die Reichweite noch trifft, das wundert mich. Eben hat sie das nämlich nicht getan. Oh, oh. Oh, ja, das ist die optimalste Deckung, die ich hier hab. Aber es ist eine Deckung. Ja, ist der andere... Och, Gott. Sherwin. Er will nicht kommen. Er will mir einfach nicht helfen. Ich dachte, das ist ein treuer Begleiter hier. Er liefert mich echt den Messer aus. Ähm, wir schießen mal deine Waffe kaputt. Ähm, oder doch nicht. Verdammt. Ah. Okay, irgendwas hat geknallt. Okay, ich glaub, Sherwin ist da. Das ist gut. Ähm, wir haben auch grad eine optimale Entdeckung. Er kann uns nicht treffen, obwohl jetzt haut er ab, verdammt. Ja, du hast leider keine Rache. Du wirst auch keine bekommen. Ähm, Blutpaket, Gatling-Maser, den wir mit, ist viel wert. Elektronen-Ladeteile ohne Ende. Ja, du bist eh keine Gefahr. So. Ja, das macht in der Tat Spaß, Sherwin. Ähm, der hat keinen Kopf mehr. Dem wurde die Situation wohl zu heikel. So, haben wir hier irgendwas? Immer mal reingucken bei den Dinger. Metallkiste. Müll. Munition. Leer! Hier war ich doch noch gar nicht, wieso ist das leer, verdammt. Radio kann ich leider nicht anmachen. Ähm, auch nix. Verdammt, was haben wir denn noch? Hier ist noch was. Leer, ja, die Mutanten haben anscheinend hier geplündert. Das soll auf jeden Fall den Eindruck erwecken, denke ich mal. Werden wir wohl weiter Richtung Germantown gehen. War quasi ein kleiner, sinnloser Zwischenhalt für ganz viele Metzl. Obwohl, bei Tag kann man sich das so denken, wenn man die Teile da sieht. Bei Nacht denkt man eher an eine kleine, verlassene Kapelle. Haja, der du mir nicht geholfen hast. War sehr nett von dir. Okay, Germantown, diese Richtung. Ja, ich hab grad nochmal auf den Kompass gucken müssen. Sharon, schneller, spute dich mal ein bisschen. Ähm, mich ärgert's ein bisschen, dass es nicht mehr im Jawa-Weiß gibt. Ach Gott, da müssen wir auch noch hin später. Ja, diese Eisfabrik, ich glaub, das ist es auf jeden Fall. Das ist die reinste Hölle, glaubt mal, Leute. Das ist Paradise Falls, aber mehr möchte ich im Moment nicht dazu sagen. Sind das Gegner? Offizier der Enkla... Ne, Enklave-Patrouillier. Ja, wir werden sie ausschalten. Vielleicht gibt's ja eine nette Rüstung, abzustauben. Ach ja, Trybeam, du machst Spaß. Ähm, Plasma-Gewehre. Ich denke mal, das ist eine Rüstung, abzustauben. Ich mach's mal hier, die Hotkeys benutzen. Ja, ich krieg richtig einen reingedrückt, wieder mal. So, wir suchen uns mal eine erhöhte Position, wo wir ein bisschen Deckung haben. Jetzt kannst du sterben. Sharon, hältst du das aus? Ja, hältst du im Moment. Soldat der Enklave. Leider nur eine normale Rüstung, so wie ich das sehe. Ähm, ich hab ihm sein Gewehr weggeschossen, das ist gut. Und da sind das Höllenfeuerrüstungen. Ich seh das gar nicht so genau. Stopp. Das wissen wir, Sharon. Ähm, Höllenfeuer, ja. Mikrofusionszellen. Wir nehmen die Höllenfeuerrüstung nicht mit, weil sie uns keinen guten... Ja, sie bietet uns schon guten Schutz, aber... Ich mag sie einfach nicht. So, Gleisnägel. Was sagt denn unsere Rüstung? Vielleicht müssen wir doch Not umspringen mal. Wohl, im Moment geht's eigentlich. Ziehen wir halt den T-51-Helm auf. Sieht zwar scheiße aus, aber... Wir gucken uns ja eh nicht so oft an. Hm, Kleidung. T-51-B. Das will ich sehen. Oh mein Gott, sieht das stumpf aus. Okay, weiter Richtung Germantown. Mich wundert, sehe ich, Paradise Falls und Germantown liegen sehr nah beieinander. Und die Supermutanten greifen nicht Germantown an? Also so blöd können die ja gar nicht sein. Weil in Paradise Falls leben garantiert mehr Leute als in Big Town. Okay. Dann in die Richtung... Wie weiss, vielleicht dealen die ja auch mit den Supermutanten aus Paradise Falls. Obwohl ich glaub kaum, dass Supermutanten mit sich handeln lassen, nee. So, wir sind schon da. Das ist das Polizeikommissariat. Ähm, wie man sieht, von Germantown ist wirklich wenig übrig. Ändert ein bisschen an das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, jetzt müssen wir durch ein kleines Labyrinth. Ja, so kann man es eigentlich nicht nennen. Es ist nur ein kleiner Umweg für uns. Ähm, hier ist irgendwo ein Gegner. Ja, ich weiß nur nicht genau wo. Sharon kommt hinter uns her? Nein, doch, kommt er. Hm. So, ich muss jetzt mal ein bisschen hier umgucken. Ich glaub, hier war nämlich ein Holoband der Familie. Ich bin mir aber auch nicht sicher. So, erste Hilfekasten leeren. So, mir wird gesagt, eine Stunde schlafen. Oder, beziehungsweise, wenn man schläft, immer den Zeiger auslaufen lassen und dann ist man geheilt. Ähm, danke für den Tipp, ich werd's demnächst probieren. Terminal? Hätte auch ne Falle sein können. Ähm. Nationale Katastrophenhilfe. Ja, ich denk mal, das wird nicht so wichtig sein, wie das FEV-Informationsblättchen. Deswegen werd ich mir das nicht durchlesen. Ich denk, wir sollten auch unten anfangen. Ähm, zwei. Ja. Ähm, drei hatten wir grad, glaub ich. Nicht, dass ich wieder hier Teile vergesse. Das wär echt schade. Fünf. Bla, 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 bla. Sechs. Sieben. Okay. Und das dürftet ihr gesehen haben bei der Acht. Müsst ihr nur ein bisschen zurückspulen. So, hier liegt nix. Gehen wir mal hier rein. Bäh. Ähm, betten, betten, betten. Ja, Katastrophenhilfe halt. Steht da was? Nein. Mülleimer leer. Na, sowas aber auch. Die Müllabfuhr scheint noch zu funktionieren in dieser Katastrophenwelt. So, was haben wir hier? Das war woanders mit dem Rollo-Bahn, glaub ich. Ich glaub, das haben wir auch schon geholt aus dem Zelt. Wenn nicht, ich weiß auf jeden Fall, wo das liegt. Ich weiß auch noch, wo die anderen liegen. Deswegen, hier können wir rein, wenn wir sehr schwere Schlösser knacken können. Aber wir wollen mal hier hinten einen Blick drauf werfen, damit man auch den normalen Weg sieht. Ich weiß nicht, was du da machst, aber es war dein größter Fehler. Ja, Schauer, du freust dich richtig. Er freut sich immer richtig, wenn es zu kämpfen gibt. Ähm, Supersledge oder normaler? Super haben wir nur. Okay, ja, wir gehen... Obwohl, ich wollte nur den normalen zeigen. Wir gehen den abgekürzten Weg. So, dann kommt man ins erste Stockwerk des Gebäudes. Aber wir gehen direkt nach unten, weil sonst muss man sich durch die oberen Etage nach unten durchkämpfen. Und da hab ich einfach keine Lust drauf. Sehr schwer verschlossen. Nein. Nein. Okay, hier. Perfekt. Ähm, rausschneiden.